Jörg Leiter herzlich willkommen und jetzt nur vor allem beim Video und an den Aufnahmen ich kann ihn aufnehmen weil du hier auch gehört wird und wenn man nicht doppelt auch müssen dass mich nicht man hat sich nicht naja genau der Ausdruck wenn man hat doch es geht ich kann auch nehmen stimmt ja er leute dann für das er doch vielleicht zum Eingang gegen die vorliegenden ab einem Jahr ich brauche ihn ich habe gerade kann ich ja kann ich nur für das auch weg okay mit dem zu mannigst an den Zugang denn der Leute hier müssen wir wissen also ich mache das ist der hier macht man hat sich aber mir das geht ja ja auch bei mir hat man nicht wenn ich nicht die Leute in die Systeme schreiben schreien ach schreien hat schreiben verstanden ja und hier in den nächsten zumal ich habe ich habe davon ja habe ich habe ich habe ich aber man kann man leute müssen wir spielen hier mit eine Troll-Kombo also leute ist es die Troll-Kombo und dann ähmler Maxi ganz dringend auch scheiße wurde gepistelt ähm mit der IG ähm mit der GF meine ich gehört beim auf 5 der Leitungsverteidigung und das ist das richtig cool er magst du auch ein Mieter zu sagen was man bei dir auch noch also bei mir ja aber sonst wissen ja nicht was ist dann muss mich reden okay am jeden Fall spielen wir mit dem Wettbewerb 5 weil er noch doppel reinwerfen wollen man hat richtig viel Schaden machen wollen was aber Todes cool ist irgendwie ja man okay also Leute wir spielen dabei ja reingetiert dazu vor was er annehmen was das nennen wenn du bist du wenn ich bin beim Pantier bin ich da ist ein Wasser ich kenne natürlich gibt es im Wasser ich habe nicht gekippt es gibt in den nächsten einen roten um wir können nicht haben nicht für die immer wenn du wirst sagen naja mache ich also denke ich bin beide ganz viel nates haben wir schon zum 5000 mal gesagt ganz hinten ultra der mitte ich bin nicht mit fünf und damit ist er bei vierten mal ich habe hier einmal die erzählt soll ich mag es jedoch nicht mehr ich auch so mit tränken weil ich bin ich bin ja durch den Eingang der typ stürmer Gott ließ leute ich habe gestorben weil sie nach vorne warte 3 ich habe 3 2 1 seitlich verliebt mag ich wieder nicht sein durch wo oder nieder nicht und ich bin kein langer meinten mal aber ist nicht mehr und ich habe dann halt damit ist die leute und der Rest der klar mit dem für den Nell mit der Arbeit mit der Eier heute erläutert wird der Witz er hat sich in den Wunden nun bestätigt und bis ich bin heute vor Maxima und ihnen hat die Nächte vorerst in ihm was so bist du bis zu schädchen hier was ganz nett die Klinik ja meiner Hälfte er kommt der Typ ist voll einfach man kann wenn man ein Video ich bin hier ist und ist da das hat noch was raus für die Verbläst um die jahre ich bin bei dir ganz er ja sie tut oder er hat das Netzen was sie ja alle sind die andere recht erbreitet wir sind laut und dran der mitteil die Rekke links 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 und überall überall in den Angriffen ich bin froh könnt ihr mit Sack und Haft nach unten ja können wir machen aber jetzt wir haben nicht ja okay ja ich weiß noch mal ich kenne die Wunde ja du bist gerade komplett im Video das weiß man selbst ne deswegen bin ich gerade durchgängig auf Mama ich hab einen coolen Cake gemacht mit Pirate Cake und Nails mehr haben alles gekochen da müssen wir ganz nach unten ernsthaft ja das ist nicht jetzt ihr seht das ist sozusagen ein Video um zu verdeutlichen das nächste MOPs ja ich bin hier gerade mit meinem Boots ich hab diese Metalloboots an und kann deswegen springen deswegen hab ich mich jetzt verkennt ja sorry Leute für die Unsynchronität aber ich hab es einfach pur durchhängig aufgenommen und das natürlich ein bisschen Unikon und Sound und so aber trotzdem ich kann zwischen Katzmann kann ich machen kann ich machen ah Mist hat nicht geklappt haben wir in den Luben die raus die Typen wo wir können wir zusammen wissen wo bist du oh mein Gott geht es bei mir wir können hier Triple Nails Spam und so wir können hier Triple Nails Spam und so komm gut eigentlich geht es auf dieses Dach sein ach man egal das waren es waren ein paar coole Kids komm High Five nein das war kein High Five bei High Five musst du doch die Hand hoch halten ja ok oh Leute das war ein Anti Nails Spam Rengke und ich ich penne heute bei Rengke und heute ist der 25, 10, 12, 13 25 der 25 exakt 25 und wir machen heute ganz viel Treukombos die erste war Nails Spam 5 und Double Piste und ich fand das war eigentlich ganz cool ich hoffe außer dass ich dreimal gestorben bin einfach ja trotzdem so Leute ihr seht den Score 9, 0 das ist ein Flawless Game ich habe es nicht gemerkt ein Flawless Game Alter Rengke nochmal ein Fall ich hoffe es hat gefallen wir hatten das gleiche Ausbild natürlich ähm ich mach nur eine Runde Rengke egal ich weiß nicht ob die Rengke gehört hat war ein bisschen blöd Rengke Rumoriff auch noch reingekommen nicht Rengke heißes mit dem Tatennamen ähm gut wir wollen ja nichts im Internet veröffentlichen was nicht ich hoffe euch einfach hat es gefallen mir hat es richtig Spaß gemacht ich fand die 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 Kälte so gut ähm Rengke 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 das soll es gewinnen sein spielt nicht mit Nails Nails ihr seht das ist einfach schade der sind und die man alle ultra schade zusammen ja guck dir das an Leute kommt das einfach an die Tischer das Geld war dann warten noch nicht noch nicht dann ist jetzt hast du hatte hatte jetzt an den richtigen hin wenn du sollst auch im Himmel werden im Himmel nein auf dem Boden das ist viel cooler wenn wir auf dem Boden sind normal leider muss jetzt gut ab waren hier kommt das auch hier Max hier kommt man werft hier auf dem Boden okay hier vorne ja einfach davor auf dem Boden dann ist wie viele Nächte sind wir nicht warte ich hier kommen ja um das Auto rum 3 2 1 guck euch das an wie viel das einfach sind das geht einfach alles in die Luft und einfach die Gegner explodieren einfach ja es ist einfach echt uncool oh mein doch Rengke Rengke sagt doch was ok wir machen es jetzt eigentlich nicht nein nein Rengke lol die Kälte geworfen Leute ich springe jetzt hoch und werfen Nächte von hinten rein mit einem Pirate Kick gepaart ich muss nur kurz warten ok warte guck wir waren wir schaden nicht mal halb ich hab einfach ein Netz rein und die ich die ganze Zeit bumm schaden einfach ultra das ist nicht mehr kommst du mit kommst du mit nicht mehr feierlich ist das ok Leute gönnt euch IG aus Ups nein jetzt hab ich nicht falsch gesprungen oh 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 Leute ja einfach 300 Punkte einfach nur für oh Leute habt ihr den Damage gesehen habt ihr den Damage gesehen Leute ich lass mich nicht mehr zuhören ok es ist einfach nicht mehr feierlich jetzt hier Leute da rein oh mein Gott Big Bang lol Maxi hat sie sich oh mein Gott ich hab' oh mein Gott Leute das ist einfach nicht mehr feierlich Leute es ist einfach reingeworfen einfach nur OPA shit oh komm wir haben das jetzt nicht mehr guck mal ich habe einfach 5 0 Spurrenko und ich haben die jetzt einfach komplett rausgedrückt mit unserem Netzschild ich muss jetzt hier ganz vorsichtig runtergehen das ist einfach nicht mehr feierlich jetzt ich bin nicht so und sie sind Magda vorne Netzwerken werfen die Typen umnähten ich bin wir sind so weit weg auch mal ein Pelletriks um den Pfingern lassen Prozent ja wenn die ganze Nacht so fliegt ich bin Netzer Netzer werden jetzt jetzt er hat er hat sich er sitzt er ist schon zu schauen er hat mich aufhinein heute wäre das hier auf er hat schon gesehen was ich finde überwältigende durchschlagskraft ist von diesem netz beim ganze team einfach getötet er habe ich gerade geführt er wird gut er wird gut habe ihn nach einem anderen stil geht voll kommen wir haben sieben kids jetzt ohne probleme ich habe nicht einmal richtig gestorben ich war noch nicht einmal richtig in gefahr einfach nur lächerlich meine garner mit 5 freundlich natürlich darüber aber es ist natürlich dann einfach wird einfach nur ich habe den netten bekommen ich werde noch mal ein netz er wird von dem netz im gibt aber im lässt du den weg weil er mich sonst zu schnell getötet hätte aber ich habe ihn mit dem perl kick hast du gesehen ich hätte ich hätte ihn der nette mit ihnen komplett getötet er war schon genau drin ich habe ihn ja ich habe nichts bekommen ich dachte rentieren ok leute irgendwie machen wir doch noch eine weitere runde ja kommen wir machen sie noch komplett so zwischendurch hat man hat er noch nicht mehr von mir okay sie müssen kommen die zu nicht schaffen oder ich habe mich mal gegründet gewünscht hat nicht so gut aber auch rechts in gericht danke ich bin tot nahm ist dann hat mich einfach lächerlich leute guckte das einfach hatte gesehen wie viel schaden das einfach ist ich habe den kann man einfach noch mal hafler abgezogen ob ich den nächsten dann gelegt habe es ist viel es ist da ich nur bekommen es ist nicht die kille da fehlter steht schon wieder in mir drin aber jetzt er stand wieder im dritten ist man ja damit kistel und kalt der spam hat mich weg erde lässt nicht weggeballert der Fall auf die Fortschritte das kann ich mir sehen das Ziel ist wenn wir sind die Katze mehr berichtet die kommt beim Tor nachhaltig und jetzt sollte zu lang ich habe es im Fluss ist nicht es gibt uns die die Kinder hatten Leute das hat gewinnen die sind wirklich ein kleines Verhältnis haben wir schon nicht einmal gelegt werden die sind ausgetränkt wenn du da bist oder der Fall ist ein Punkt ja okay Leute wer uns rein ihr auch nicht bis dann tschau tschau Ihr gott ja.